wir haben schon gute worte packs hier langsam aber sie macht sie ja viel nach mal zehn war schluss pick dreimal 87 was denn hier ist also dann haben wir hier noch die auch noch nicht abgeholt hier haben wir drei mal fünf mal für mich die abholen sich gar nichts mehr alter die kann mit pexen habe ich noch die dinge wo hat sie gesagt dreimal gegen spc geballert diese paro ich schuld die heißt keine ahnung pjoa sie macht sie ja so bettet also doch bekommen der dinge angefangen glaube ich meine die kann ich noch öffnen die drei doppel 1 80er noch auf das ist was das ist ein inform ich nehme in inform mit ich nehme hier in inform mit chat das ist ja in der jungen viel nach der länder take it take it man die anträge dann ja zwei mega tags zwei selne 50er und zwei piks wir haben was ziehen können Okay, immerhin, Casimiro, 89er, das sind auch, glaube ich, 34k, not bad, vielleicht einfach den neuen Special Card hier, ey, der Bastard, okay, 1 bis 17, schick oder lacquer Set, ah, ist egal, das gebe ich eh gleich ab, okay, 200 haben wir noch und dann ein bisschen recraften und dann haben wir noch einen Icon Pick, komm, ey, eine Special Card vielleicht, put her, oh, what the fuck, wie schlecht, ich schwöre, es lohnt sich einfach nicht, ich spiele keine Division, größer Scheißen, es gibt, digga, okay, letztes 100k-Pack, und dann will ich noch ein bisschen recraften und dann gehen wir in einen Icon Pick, ah, wieder nix geil, Militau wenigstens, doppelt Militau, 86 Militau, nehmt man mit, aber hat sich gar nicht gelohnt, die Division, ne, so scheiße die Packs, nutze ich gar nicht, ey, nutze ich wirklich nicht, okay, jetzt geben wir hier Van Dijk, Van Dijk, Salah oder Van Dijk würde ich nehmen, Van Dijk, ich nehme Schmeichels, okay, hat der Geschmeichel, 85er, wieder 40k gespart, okay, haben wir hier noch ein paar Packs hier, machen wir mal grad schnell, Harry Kane, ist echt Harry Kane, nice, wow, so ein Free-Pack, digga, hä, sogar Plus gemacht, aus dem Icon Pick, hä, wie gut ist das denn, we'll take that, Harry Kane, put Harry Kane, for actually free, tauschbar, ja, da ist einer, da ist der Recraft, wer ist er, ach, Günther, oder, aber der, der, der gute, ne, der bessere, der mit einem Whip-Pass, oh, nehme ich mit, oh, die haben ja eigentlich die Animation immerhin bekommen, 7-8-Rating, ja, nehme ich mit, 1, wir spielen ihn sogar heute, das ist der bessere, glaube ich sogar, ne, der teurere, minimal teurere, okay, ja, ist ja nur 15k-Wert, aber 4-4, hatten wir den Pass, okay, komm, Grimaldo, ja, machen wir Dings, ist er Lampi was wert, ich glaube nicht, ne, sonst nehme ich Grimaldo und gebe ihn grad ab, in, okay, 1-8-1 als letztes Pack und dann geben wir eigentlich einen Pick rein, na, schade, keine Special, na, nochmal ein Bruno, vielleicht ein Doppel, Doppel-Bruno hier, vielleicht ein Doppel-Walkout, ne, aber das ist 88er, ne, ja, ist okay, 88er, aber Bruno Fernand, vielleicht paar 85er in Form, keine Ahnung, irgendwas, ne, 84er, ja, okay, besser als nix. Wir machen, äh, Stat-Reveal, Stat-Reveal ohne Uhrzeit, machen wir, Basic, Centurion und Thunderstruck, 400k kostet das, krass, alter, ey, die SPC hat einfach 400k gekostet, ne, krass, 3-2-1, mit der Nase heute, komm, boom, uh, wenig Physical, okay, ist eine Offensivkarte auf jeden Fall, uh, sehr wenig Defending, das ist sehr gut, oder nicht, aber Ausdauer ist 71, ist schon, dog eigentlich, aber 90 Tripling, aber, oh, wenig Bewegigkeit und Balance, 90 Passspiel, what the fuck, wer, hä, wer ist das, ja, okay, viel nach dem Schießen, schon Schrott, oh mein Gott, das ist Rick Helme, der fuckface, das ist Rick Helme, what the fuckface, man, all right, Mia Hammberg, schön gewesen, boah, Mia Hammberg, richtig geil, okay, Chad, komm, zweiter, okay, 93 Ausdauer, 72 Stärke, looks nice, das ist nice, ja, 79 Tripling, kartisch und tot eigentlich, 90 Pass, Paul Scholes, yeah, man, Sunders, Paul Scholes, man, let's go, okay, let's start, the last one, the last one, ah, 82 Ausdauer, muss aber nichts heißen, 82 Ausdauer, okay, wieder eine Offensivkraft, oh, 91 Tripling, okay, sie macht Spaßspiel, okay, 93 FE, so gut so far, 90 plus schießen, 8er schießen, okay, weiß nicht, ich weiß, sie macht Spaß, Kantona, maybe Kantona, oh, Revaldo, oh, oh, another fuckface, ja, Chad, so kann man 400k versenken, Jungs, also, ja, kann auch mal passieren, how to raise 400k in the fucking mud, alter, hat ja, ich fucking Revaldo mit, okay, rein in die Wikinic, ja, mal gucken, wie viele Spiele heute machen, ich sag mal, 8, 9, 10 Spiele, so irgendwas wie immer, ne, bis 10, vielleicht nur bis, äh, bis 9 oder 8, je nachdem, wie wir heute grooven mit dem Team hier, das ist das Team für heute, bisschen Meta, bisschen Content, wie immer, die letzten Male, wir haben jetzt Alaba fertig gemacht, er ist full, full leveled, der hat jetzt auch dieses geile, äh, entscheidenden Pass-Trade, was auch, äh, Snyder letztens hatte, was mir sehr gut gefallen hat im, äh, Mittelfeld, der wird heute wieder in game, natürlich mit dem guten Viera zwitschen, der geht dann auf die 8, der gute Alaba, den wir heute vorne sehen, der so ein bisschen, äh, ja, Lärm machen, Viera geht dann nach hinten mit Rüdiger, den 9, bin mal gespannt, wie gut der gute Mann ist, äh, sieht eigentlich ganz nice aus, äh, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich wieder Minus machen, aber ich hoffe nicht so viel Minus mit den ganzen Karten, mich mit allen Karten zusammen 100k Minus machen, bin ich schon zufrieden, aber vielleicht auch bisschen mehr, links haben wir beide für den defensiven Part, den haben wir gezogen, den Günther, sieht gar nicht mal so schlecht aus, kostet eigentlich auch gar nichts, aber sieht okay aus für, 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 das was, äh, wie viel der kostet, wir haben den King, Rodri, am Start, äh, ich hoffe der Job nicht so viel, die Karte sieht ganz nice aus, die andere Karte kostet doppelt so viel wie diese Karte, deswegen, die konnte ich mir gar nicht leisten, und bevor ich da irgendwie, äh, den anderen teste und Coins verliere, dann hebe ich das auf und hoffe, ich ziehe den Tiefde hier in, äh, in zwei Wochen, da haben wir Sanz ist noch vorne und Richard Lison, ähm, auf den Außen, malen ist wieder am Start, und dann haben wir noch, da eigentlich, wie immer, für die Chemie, und dann werden wir noch diesen Peneda heute einwechseln und danach, äh, ist dieser gute Mann dran, den werden wir hochleveln, vielleicht spielen wir in die Tage mal, der FIFA Rista, Junge, ist das einfach hier, Fandasa, dunk, Bellingham, roter Cruyff, Neymar Gold, Ice Sterling, okay, Wer war das, der Finesse hat überhaupt, den Natale war es, Was ist going on? Was ist going on in das Game jetzt grad? Danke, Mann, geht doch, du fuckface, Alter! Foodtree ist da! The best! Foodtree wird ne Legende bei mir, der Foodtree... ...und so schnell kann's gehen, Digga! Boah! Da, hast du ein Finesse! You like the Finesse? Hast du dein Finesse, mein Freund! The Mool ist der Gegner, der nächste! The Müllhaufen, will der sagen! Okay, okay! Sterling, den Roten, hat er gemacht, okay! Wir haben wieder, schon wieder ein Tor, Alter! Das gibt's doch nicht! Eigentlich... Nice finish! Das ist geschnürtchen! Danke, Alexis! The Legend of Alexis Sanchez, ey! Freego for Alexis Sanchez! Und leider quittet er auch, ich kann wieder nicht einwechseln, den guten Mann! Naja... Oh, der hat Luris gemacht! Oh, der hat den Ragnieri gemacht! Boah, das ist ein richtig geiles Team! Ich glaube, ich werde geklappt jetzt, Chat! Sein Team sieht zu gut aus! Also, zu kreativ aus! Damit, dass der Gegner schlecht ist! Anakie! Rotri, Rotri, ich brauch dich hier! Stark! Dafür hat man den doch! Dafür hat man doch Rotri, Chat! Dafür hat man doch den guten Rotri! Damit er die Kopfbälle gewinnt! Nova Allstars, okay! Das ist auch machbar, das Team, ne? Das ist nicht so krass! Das sieht echt nicht mal so krass aus, das Team! Mittelfeld krass, aber sonst... Schön! 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 Schön gemacht! Danklich! Oh mein Gott! Wie kann der reingehen? Van Nüsteroy! Der Tor hat gemoved! Der Tor hat gemoved! Alter, der Tor hat gemoved! Und trotzdem durch! Perfekt, Digga! Der Tor hat gemoved! Dann findest du nicht mehr! Der Tor hat gemoved! Der Tor hat gemoved! Oder Outside! Der Tor hat den Power-Shot aufwappen! Der Tor hat gemoved! Ich mesh. Das Griff h victims! Grün, der geht trotzdem rein Muss man echt gewöhnen, immer jeden Schuss zum Grünen jetzt Let's go, Marlen Das war so wichtig, ey, das Tor Alaba, oh, nein, Alaba, du Meggis Das war deine Chance gewesen, zu zeigen, was du drauf hast Nein, wegen dir habe ich jetzt einen TTV-Spieler bekommen Das fucking Streamer sind die Schlimmsten, Mann Okay, Neymar, Sterling, oh, wegen dir, Biest Habe ich jetzt diesen Meggis als Gegner bekommen Abseits, no What a cheese score von Puskas Das ist einfach kein Puskas, diese Schüsse, der Wichser Mann, wieso, ey, Junge, ich habe das predicted Und werde noch dafür bestraft, ich raffe dieses Spiel nicht Für was man alles bestraft wird, dieses Spiel ist geistgestört, Mann Ich werde bestraft, weil ich den Ball gewinne, Mann Ich hasse dieses Spiel, Mann Ich gehe in Panisch Come on, Mann Mann, ey Ach, Junge, gib mir den Ball, du Bastard Das hast du davon, Junge, mit deinen Hunden hin und her gespielt Da, Junge, jetzt wird gepresst, du Scheiße Hast du davon ja hin und her rumspielt Alles wegen Biest, Digga Alles wegen dir, Biest, Digga Habe ich diesen fucking Bunkertypen bekommen Okay Dynamo Keine Ahnung Okay Maldini, oh oh Rudi Völler Alter, krass, die ganzen Heroes hatte er am Start Tiga, ey Alexis Besser ist es F-Mittag Lass mich schliessen, Gott, bitte Bevor der Hölle, drückt doch Artis Das kann malen, malen nach Zeilen, oder wer es ist Sanchez Macht ganz ruhig rüberhangen Und Finiis Durch den Delay Ich wollte erst gleich schießen Aber zum ersten Mal Hat der Delay mir geholfen Dass er Nice US, okay Sag mal Oh, Loris Ui, ui, ui Walker noch nicht fertig Boah, ist trotzdem ein starkes Team Nieser Rasu Nimm mich hin Den Tappen Nimm mich doch mit, Digga Den Tappen Ist frei Wer hat Bock Wer hat frei Wer hat Bock Teiglich Nochmal eins rüber Und da kommt Food Boom Nice Teiglich Alte Schule Waldhof Neeeein Neeeein Firmwarekette Neeeein Neeeein DIGGA What the DIGGA Ich kann das NICHT Jawohl Da kommt Teiglich Stark Was würde ich ohne Diesen Teiglich Machen Teiglich Speziala Gupa Hoppa Reiter Teiglich Speziala Mein Freund Kennst du den noch Vom letzten Jahr Wer kennt den noch Chat von den letzten Jahren Den Teiglich Speziala Teiga Warum mache ich hier so Speedboost Scheiße Im Mittelfeld Bin ich dumm Oder was Bin ich der künstdümmste Idiot den es gibt Oder was Ich mache Speedboost Im Mittelfeld Bin ich dumm Oder was DIGGA Mann Ja was soll ich machen Einfach mal schießen Vielleicht Oh mein GOOOOOOOT Mann NIE RIPERIE Yes RIPERIE Thank you Mann Nein Niemals Boah Der macht Den einfach Der riskiert Alles mit Den Schuss Alter Der nimmt Alles All in Junge Okay Letztes Spiel Komm Wer ist es Nein Dortmund Wappen Mit Galernamen Alter Ey Geht's doch Schlimmer Ach du Scheiße Was ist das Für ein Team Ja es war Keine Ahnung Absolut Müll Tor Elfmeter Stark Vielleicht Noch Rot Stark Gemacht Jungs Jawoll Glück gehabt Schön Malen Wie schön War das Gemacht Von ihm Und wir Gehen All out It's over Bro That's over Man Okay Der ist raus Okay 9-1 Stark Strong Shit Man Man muss auch Sagen Gegner Wann heute Vielleicht Ich würde Nicht mal Sagen Chat Das Ding Ist Ich sage Warum Ich So gut Abgeschlossen Hab Es lag Daran Dass Heute Das Gameplay So Schlecht War Das Das Problem ist, wenn du ihn als offensiv im Auslertreiger spielst, der ist halt voll fett. Also eigentlich ist er für defensiv gemacht. Und für defensiv ist er mir dann doch wieder zu schwach, weil er nur 79 Defending hat und nicht so den heftigsten Ingame-Buddyen. Schlecht ist er nicht für den Preis. Man kann mit ihm spielen. Er hat auch WIP-Pass, aber meiner Meinung nach ist das kein Argument mehr. Dieses WIP-Pass, durch den WIP-Pass, dass ein Spieler irgendwie krass ist. Ja, da muss er noch mehr Sachen bringen. Es reicht nicht mehr, wenn man WIP-Pass mitbringt als Auslertreiger. Ja, deswegen fand ich eine Preis-Leistung okay, aber ja, 0815 eigentlich. Richarlison, nicht mein Spielertyp. Ich kam einfach damit nicht so klar. Er war nicht shit. Er kostet 33.000, er war nicht shit. Ich habe erst Hand auf ihn gespielt, jetzt mit Finisher. Aber ja, schwieriger Hase, Jungs. Nicht der schnellste. Ultras unbeweglich, also da kannst du ihm geben, was du willst. So unbewegt gewesen. Die Touches fand ich echt nicht so nice, die First Touches, wie die beiden angenommen. Auch die Laufwege fand ich komisch. Der kann schießen, der kann was, ja, aber auch hier nichts Besonderes. 0815, deswegen auch sein Preis. Und dann haben wir Rüdiger, top gewesen. Hat mir sehr gut gefallen als beweglicher Innenverteidiger, der die Laufwege gehen soll und so. Sehr gut mir gefallen. Also ich habe, glaube ich, ein Faible für Verteidiger und Mittelverspieler, die sehr hohe Aggressivität haben. Also ich glaube, ich muss einfach nur darauf achten, ob diese Verteidiger hohe Aggressivität haben und dann gefallen die mir automatisch. Dasselbe war ja bei Ramos letzte Woche gewesen. Irgendwie mag ich einfach diese ganzen Aggressiven, weil die sind irgendwie immer am Ackern so. Weißt du, ich feiere das. Wenn die immer so dran sind, hat kaum Fehler gemacht, sehr stark in der Luft gewesen, bewegt dich, top, auf jeden Fall ein Top Innenverteidiger. Ich glaube, du könntest ihn da rein theoretisch auch als Mauer-IV spielen, aber ich glaube, als beweglicher, der so ein bisschen die Laufwege geht, ist es besser. Weil der bringt da die Stats dafür mit, den Körper dafür mit und da fällt das vielleicht nicht so krass auf, dass er halt ganz aggressiv rumläuft. Weil Viera wäre für mich immer noch, ich würde so über Van Dijk stellen, die Viera, der beste IV, den ich bis jetzt gespielt habe, mit Abstand. Also das ist der beste Move, den du machen kannst, einfach Viera in die IV stellen. Das ist wirklich, das ist ein Cheatcode. Also Viera ist ein Cheatcode, das ist der doppelte Cheatcode. Den mit Viera zusammen ist sogar krass eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ihn am Anfang erst mal als ausgesehen, als Laufender, also als der in die Laufwege geht, IV gespielt und da hat er mir nicht so gut gefallen. Weil da bist du Autoposition ist und er ist auch nicht der Schnellste. Er ist schnell, aber er ist nicht so schnell wie ein Rüdiger, wie die alle heißen. Deswegen ist er vielleicht besser wie ein Van Dijk. Also wenn du sagst, ich habe Van Dijk und dann kann man Kassi Viera leisten, das wäre der Upgrade zu Van Dijk, meiner Meinung nach. Ja, der ist dann nochmal krasser. Alaba hat mir auch gut gefallen als Achter. Besonders defensiv, ne? Also ich hätte gedacht, der macht jetzt viel Arbeit, so, ne? So beide verteilen, dies, das. Aber ich muss sagen, auch defensiv, richtig krass gewesen. Gute Tacklings, sehr, sehr gute Stellungsspiel. Der stand so oft in den, zwischen den Pässen bei den Gegnern, wie die oft, ich nichts machen musste. Der hat einfach den Ball abgefangen für mich. Als hätte er so einen Riecher, wo der hingehen muss. Vielleicht liegt es an den Defending-Wert oder so. Kann auch sein. Oder an die ganzen, hier an diesen Weasel-Ding hier, vielleicht die Saran auch, ja. Das hat mir gut gefallen. Schuss, Potenzial ist da. Ja, Freistöße sind da, zweimal Latte getroffen. Pace ist in Ordnung. Passspiel ist gut gewesen. Konnte ich aber jetzt nicht so einzeln wie bei Snyder, weil ich ihn halt ein bisschen defensiver gespielt habe. Man spürt auch, dass er mittelhoch hat, der geht nicht so krass nach vorne in den Strafraum und so. Der bleibt so ein bisschen weiter hinten, verteilt so die beste Pässe und krass in die Treveller schießen. Aber hat mir gut gefallen. Also ob er denn die Münzen für dich wert ist, musst du selber wissen. Aber ich denke, man kann ihn halt so flexibel spielen und kann ihn als IV spielen, als Achter spielen, als Sechster spielen. Da können wir mir schon vorstellen, dass man da mal die Münzen investieren kann. Weil er auch wahrscheinlich nach Team of the Year immer noch sehr gut spielbar ist. Natürlich wird er wahrscheinlich kein Team of the Year-Level sein, wie in Rotary oder KDB und wieder leisten. Aber durch die 5-Stelle-Beak wird auch wieder sehr gut gefallen. Hat seinen Job gut gemacht. Rotary als Sechster war top gewesen, Chat. Top. Als Sechster, wo er steht, sein Tackling ist geistesgestört. Also was für ein kleines Tackling, das ist ja nicht mehr normal. Jeder Tackle war clean und hat so eine riesen Reichweite mit einem Bein. So ein bisschen wie Viehra. Viehra Krullet. Wenn du Tackle machst, der streckt ihn so richtig weit aus, sein Fuß und sein Bein. Riesen Reichweite. Auch bei den Pässen halt, also als Abräumer richtig krass gewesen. Die Pässe waren gut gewesen. Ich konnte leider den Powershot nicht so richtig austesten. Pässe war ein bisschen langsam gewesen, muss ich auch sagen. Vielleicht mal mit Shadow testen, aber ich habe ihn jetzt mit Engine, damit er ein bisschen Bewegigkeit hat. Hat mir gut gefallen für meine Spiele, wie ich ihn spiele. Guter Sechster gewesen. Und ich glaube, wenn der Team of the Year kommt, dann könnte er vielleicht top 3 oder vielleicht der beste Sechster im Game sein. Weil er ist jetzt schon crazy. Ich will nicht wissen, wie gut der Team of the Year ist. Dann haben wir ja noch den guten, ja, Alexis Sanchez war okay gewesen. Neun Vorlagen, vier Tore. Also Vorlagen hat er ohne Ende gemacht. Fand ich gut spielbar. Er ist beweglich. Pace ist nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Ist okay, weil er drückt die Spiele auch nicht weg im Laufduell. Die Pässe waren in Ordnung, wie gesagt, neun Vorlagen. Der ist halt beweglich, ja, fünf schnellen Skills. Und dann kannst du auch viel mit dem machen. Wenn du dann auch so ein Spiel hast, die hier, wie die hier, musst du einfach nur rüberlegen die ganze Zeit und die machen halt die Tore. War okay gewesen, ja. Ob er dann die Münzen wäre, das weiß ich auch nicht jetzt. Das ist vielleicht ein bisschen so teuer. Wenn ihr das Video seht oder so, dann sind die eh schon viel günstiger. Aber ja, that's it.